Jo, und herzlich willkommen zu Sims 4 mit unserer LeFouet, die jetzt gerade in der Schule ist und ja, ich habe das Waschmaschinen-Paket mir zu installiert, deswegen haben wir jetzt auch überall Wäsche liegen. Und ja, schauen wir mal, was wir jetzt so machen. Jetzt ist jetzt mal eine Schule, ich werde das mit dem Turbo laufen und die Mutter ist arbeiten hier und Lilly. So, gucken wir mal, was jetzt ansteht als nächstes. Wir haben dann, die Mutter haben wir jetzt gerade. Ähm, hm, hier fehlt noch, eigentlich fehlt hier noch Computer irgendwie, ne? Ja, wie schlingt das? Ja, Vorsicht, Hände. Gibt, dreckig. So, ah, solltet ihr vorher den Klasserkameraden Schuleran zu sich einladen? Boah, Beförderung zur Vertreterin für Sozialblabla, das haben wir, das ist so die. Und die für Edge einladen, um uns ein bisschen ärgern. Ja, okay, macht das mal. Ja, dann können wir den auch nochmal mobben. Ansonsten geht es hier weiter zügig weiter. Da ist sie, aber hat schlechte Laune. Warum hat sie schlechte Laune? Ah, sie ist müde. Mhm. So, selbstmotivieren. So. Ah, okay. Ja, sie ist müde. Sie ist müde. Er macht sauber? Okay, mach mal ruhig. Äh, wir machen mal Hausaufgaben. Hausaufgaben, hausaufgaben, hausaufgaben hier. Ach, hier haben wir noch ein, ach, Jimmy-Projekt. Hausaufgaben machen. So. Ne, und dann das hier in die Welt platzieren. So. Äh, das machen wir weg, jetzt irgendwie ist das ekelhaft. Mhm, so. Warte mal schnell, das ist zügig, zügig, zügig. Wir haben nicht viel Zeit. Wer ist denn da zu Besuch? Was ist denn das? Wie? Warum hat sie so ein Outfit? Das hab ich hier gar nicht gekauft. Warum wechselt die Outfit einfach? Das verrät mich jetzt so ein bisschen. Das hat die doch gar nicht in die Erde. Ah, das ist dann noch. Hm? Irgendwas hier was das hier ist, so. Das ist halt so süßes Outfit. Was ist denn? So. Hm, okay, wir müssen wieder böse sein. Irgendwie scheint er sie, wir haben jetzt ja her. Er macht sie. Warum hat er eine Gefug? Und eine Handschau reinlegen, das ist schon mal ganz lustig. Hehehehe. Schön, ne? Das ist lustig, ne? Ja, warte ab, ich kann noch mehr. Äh, Freunde, nein. Gemein. Hä? Besauer. Die sich beleidigen. Freundschaft wird gemein. Bischöpf. Hm, Ambrunnen. Und dann können wir auch ein bisschen, äh, gemein und wir sind streiten. Wie sie? Werden sie? Naja, der Fernseher gibt's hier nicht. Ha? Wer ruft denn da? Wo wollen wir denn? Ähm, fragt sich, ob ich zu ihnen rüberkommen und abhängen kann. Ja, komm vorbei, ich kann die bescheide anscheißen. Der da? Ne, zu ihr will er? Annehmen und erbrechen. Nee. Ah, sie ist müde. Die hat sich reingelegt. Hehehehe. Warbazirpo. Hehehehe. Äh, ja. Aktion, freundlich, lustig und fuhr gemein. Hm. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Hmm, was haben wir noch? Ein paar Snoopeln wir mal. Hm. Ein bisschensemblungen wo der Visitung. So, jetzt muss ich vor dem Programm nochmal das Gesicht beleidigen hier. Warte, jetzt zeigt er mal die Mathe, ist unser Rot. Gemein, Umfug. Also, Fleck, ja. Was für ein Fleck geträgt, ja, so. Umfug, Aktion, gemein. Mehr Ausfall, haben wir da noch irgendwas? Schubsen. Nein, das kann man nicht, ja. Hihihihi. So, Umfug, gemein. Hm, mh, mehr Ausfall. Hm, mh, verspotten. Hm, mh, gemein. Streiten. Streiten, einfach streiten geht. Jetzt ist es schon wieder. Hä? War eigentlich was Positives, oder? Jetzt Positives. Wie, 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 wie? Gemein. Okay, meine. Dann haben wir noch mehr Gemeines. Oh, beschimpfen. Und, gemein. Die drei Prophezieren. Ja. Gemein. 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 Hm, äh, streiten. Was sehen wir da? Und, gemein. Mehr Ausfall haben wir ja noch. Und, schubsen wir hier noch mal. Alles Schlamis voll. Achso, okay. Aber, mir ist schon alles schlaggegangen. Hm, die hat die, die, die. Okay. Ha, ha, ha. Hm. Hm, es gibt ja alles nicht. Hm. Hm. Hm, es gibt ja alles nicht. Das ist ein Schwimmer. So, naja. Nachdenkliche Dusche. Der ist auch ganz schlagfertig. Okay. So, ich brauche ihn immer noch? Bei Streiten immer noch. Okay, Streiten ist schön. Was jetzt? Plaudern? Was? Plaudern? Plaudern? Das ist langweilig. Nein. Umfug. Mit Gesicht. Necken. Was? Gemein. Das macht sie. Das macht sie. Das macht das aber nicht. Ja, okay. Jetzt geht duschen. Die Dusche nachdenklich. Duschen hoch. Guck da nicht so hin, Leute. So. Ja, stimmt. Ja, die Pixelgeschichte ausgemacht. Nein. Wer ist dort denn noch da? Oh, so muss. Du schläft. Okay, die braucht auch Schlaf. Hör das mal. Schreibt das Buch wieder. Da liegt die Wäsche rum. Schön. So. So. Könnte nicht so viel hin gucken. Aber die geht ja auch nicht. Da beleidigt die. Die war nicht total schlecht. Aber er geht nicht. Hm, beschleunigen wir. Ja, macht sauber. Okay. Genau. Das dauert wieder ein bisschen. Händewaschen. Natürlich. Hunger hat sie noch ein bisschen. Dann können wir einen Snack essen, ne? Äh, schnelle Mahlzeit essen. Joghurt. Kennen wir was da? Kennen wir was dann? Was war das denn? Dann schieben wir wieder raus. Jetzt auch wieder ein Vampir. Hm. Was hier noch im Glück war, wenn du schwach bist. Halt vorne. So. Erstmal zügig hier. Zack zack. Hier haben wir noch Termine. Haben wir fünf Minuten. So. So. Naja. Ist müde, ne? Kannst ja auch hier schlafen gehen. Äh, nochmal, äh, Zähne putzen. Und dann würde ich sagen, schlafen. So. Na, ist klar. Halt ich noch auf hier. Huch. Na, schlechte Laune. Sehr schön. Alle, die hier herkommen, haben schlechte Laune. Na ja, die hier weggehen. Ja, komm, kam her. Mit guter Laune. Jetzt haben wir hier mächtig versaut. Blö, blö. Schlürf, 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 schlürf. Ach, er ist schon wieder. Freunde, ich bitte mich zu gehen, Herr. Herr rein, bitte. Komm ruhig rein, so. Hier. 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 wieder herkommt freut sich so wie geschlafen ich weiß was er sich ja jetzt macht natürlich genau warum kommt herring des ferns das schicht gibt es dabei bei sich zu hause in einen seinen vielen serien wo kein fernsehen er mag das schon jetzt einfach mal langweilig komisches kind auch müde ich bin auch immer zwischendurch ein und ärgert sich dass er kein spiegelbild hat ok was guckt er denn ok sieht ja noch nicht unbedingt beim vampire erwartet das ist wach wäsche machen wahrscheinlich ist vorher wahrscheinlich ja ich will das ausräumen und wäsche absetzen wäsche trocken er braucht nur einmal sagen dass man dort mit allem so das essen mhm was hat er denn was denn ihm ok schreien wir mal sonst wie hier woher hin der vampire ist gegangen ok ein harmloser vampire entscheid das tut auch mehr fernsehen oder bei in jemmet manso ja ah kann ich mal was anziehen achso das ist die ja nichts äh die ähm ähm interessiert ist dazu gekommen schaut jetzt jetzt an das ist ja nicht schlecht ist so kommt es gleich weg wäsche machen so alles klar dann wieder zu lefurt jetzt diesmal gar nicht die vampir ärgern konnte weil ich viel zu müde ist das hat sich auf alles klar wir haben auch schon wieder folgenende erreicht das nicht so spannend es tut mir ja leid dass ich jetzt nicht so viel machen konnte weil jetzt so viel technische sachen zu erledigen gute einen einen gast konnten wir ärgern hier haben wir noch was zusammen zu basteln die müdigkeit die müdigkeit hat sich aufgegessen also dann schnelle mahlzeit essen immer hier käsekrecker auswahl die mutter muss mal wieder kochen so verbotene worte karriere zweckwählen sind wir uns für alle wählen vereinigte welt wählen stiftung für weniger umfug nein für die bäume sprechen wir alle für einen wählen vereinigte welt wählen für alle wählen für bäume sprechen stiftung für weniger umfug so steht es bei der tüche so pausse kaputt wieder reparieren und die kleine ganzige hausaufgaben zu machen schauen wir mal schnell nach ausmachen genau was ist das hier bisschen machen bisschen machen wir waren schon stehen stecken so das machen wir noch zu ende okay okay so was haben wir da noch jemanden kennenlernen ne willst du nicht total quatsch also hier noch das ist jetzt aufgaben das kannst du machen was willst du das soll mal machen machen hier so das kannst du gerne tun ähm unglaubliche geschichten erzählen ne brauchst du jetzt nicht das lass mal weg wir machen das erstmal fertig schatzfreundschaften kackefreundschaften die sind total bewertet so das soll auch nicht lang das muss auch gleich los ne wie spielst du das jetzt geschafft siehst du wohl du musst jetzt zur Schule ne ja genau dann beende es mal ja hast nicht geschafft das tut mir leid pech gehabt und tschüss was los alles klar dann viel spaß die fuite bei der Schule deine Mutter hat ganz viel Wäsche zu machen naja genau dann geht sie raus dann geht sie raus dann geht sie hier weg aber probte da muss man auch mal wieder spielen genau zack und weggebeamt alles klar Schubpause so ja dann an dieser Stelle habt euch wohl bis demnächst ja in einer Woche hoffentlich wenn ich dann genug Aufnahmen schaffe heißt es bis dahin ciao euer Jockel